Herzlich Willkommen bei ImLab. Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um das wichtige Thema, was mache ich eigentlich, wenn der Mieter nicht zahlt und dass man da besonders schnell und konsequent sein muss, das wirst du im Video erfahren. Und wenn du in Zukunft kein weiteres Video verpassen willst, denk dran, Kanal abonnieren und Glocke aktivieren. Steigen wir also ein, was passiert, wenn der Mieter nicht zahlt und ich habe dir mal ein Case mitgebracht, an dem wir uns jetzt sukzessiv mal durchhangeln werden und wir nehmen mal eine Wohnung an mit einer Kaltmiete von 330 Euro, was ja relativ gering ist, Nebenkosten von 150 Euro, Stromabschlag und dann haben wir quasi eine Summe der Miete von 530 Euro. Hausgeld 200 Euro und noch eine Verwaltergebühr von 25 Euro, eine Darlehensrate von 290. Dieser Case wird uns jetzt durch dieses Tutorial begleiten und ich werde dir dann immer zeigen, was es eigentlich bedeutet, wenn dort die Miete nicht kommt und diese ganzen Kosten einmal durchrauchen. Das heißt, wir haben hier Ausgaben von 515, Summe der Mieteeinnahmen 530. Was kann man als Vermieter tun, bevor wir jetzt einmal einsteigen, damit solch ein Fall, dass der Mieter nicht zahlt, eintritt, dass man das verhindert, weil das ist das Allerwichtigste. Und das als allererstes zu nennen, eine Bonitätsprüfung, das ist das A und O. Und wenn ihr heute jemandem euer Auto leiht und das ist beispielsweise ein Porsche, ein Mercedes, irgendein hochwertiges Auto, dann sagt ihr ja auch nicht, hier nimm das einfach mit, sondern auch selbst bei der Mietstation, also wo ich mir ein Auto ausleihe und ich leihe mir ein heftiges Auto aus, dann nehmen die da unten eine Kaution und schauen sich das genau an. Wie alt bist du? Wie lange hast du deinen Führerschein? Und das ist für euch auch wichtig. Eine Wohnung hat so einen hohen Wert. Ja, das sind mehrere hunderttausend Euro. Das ist total wichtig, dass ihr schaut, wer zieht da ein. Was hat er gemacht? Was hat er für einen Job? Ist die Schufa in Ordnung? Ist die Kaution hinterlegt? Ist die Vorvermieterbescheinigung da? Und holt euch bitte auch alle Unterlagen im Original, weil wir haben es schon so oft erlebt, dass dort Unterlagen einfach gefälscht werden. Das heißt, auch bei der Schufa, er zieht die sich bei Immobilienscout beispielsweise, dann habt ihr unten eine Nummer und die könnt ihr dann bei Immobilienscout eingeben und könnt die selber abrufen. Ihr bekommt die Unterlagen quasi nicht zugeschickt. Deswegen Boniprüfung A und O und ich habe das gerne, wenn ich natürlich ganz, ganz heftige Wohnungen habe, dann lege ich Wert darauf, dass da auch zwei Personen, eins sind und nicht eine. Das heißt, wenn die eine Person mal arbeitslos wird, dass die andere dann immer noch ein Einkommen hat. Das ist für mich auch ganz wichtig. Da vielleicht auch nochmal das Thema Bürger. Habe ich nicht so gern, weil der Bürger bürgt ja auch nur für die Kaution. Ja, und eine Kaution kann ich mir dann gar nicht anfangen. Also ein Bürger ist für mich immer nur die zweite Wahl, weil ich nehme natürlich lieber die Kaution, weil den Bürgen dann wieder in Anspruch zu nehmen ist viel anstrengender, als einfach die Kaution zu nehmen. Wenn ihr wollt, dass jemand dort mit im Mietvertrag mithaftet, dann muss da auch im Mietvertrag als Mitmieter mitstehen. Das bedeutet, wenn ich dort die Studenten habe, dann trage ich die Mutti, den Vati, damit in den Mietvertrag ein und nehme die nicht als Bürger, weil der bürgt ja am Ende des Tages nur für die Kaution. Das ist an der Stelle ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wer zieht da in meine Wohnung ein? Wichtig ist, das zweite, als Vermieter habe ich schon gesagt, verliere keine Zeit. Dann hast du ein Vermieterpfandrecht, obwohl ich sagen muss, ist irrelevant. Das bedeutet, das, was der dort in der Wohnung drin hat, das steht euch eigentlich zu, wenn ihr das Vermieterpfandrecht ausübt. Das habt ihr auch eine Klausel im Mietvertrag drin, aber in der Regel räumen die da alles leer. Mietnormaden, die schrauben euch noch die Heizung ab und verscherbeln die. Also da braucht ihr euch keine Hoffnung machen, dass ihr dann dort noch vom Pfandrecht Gebrauch machen könnt. Und wichtig auch, dass ihr die Verjährung hemmt, dass ihr mahnt, dass ihr euch eine titulierte Forderung holt, weil irgendwann sind sonst Forderungen auch nach drei Jahren verloren. Und ich hatte das mal gehabt, dass eine Hausverwaltung vergessen hat, also die hatten 2015, glaube ich, war das gewesen, hatten die Mieterhöhung angestoßen, der wurde auch zugestimmt, die haben die aber nie eingezogen. So, und jetzt hatten wir 2019 das Objekt übernommen und konnten quasi für 2015 die Miete gar nicht mehr nachfordern, weil dies war verjährt, sondern erst dann ab 2016. Das ist auch ganz wichtig, dass, wenn ihr riesen Mietschulden sich aufhäufen, dass ihr nicht nur sagt, ja, wird er schon irgendwann zahlen und dann nach vier Jahren ist die Verjährung rum. Nein, holt euch eine titulierte Forderung, dass ihr auch später, wenn er nicht in die Insolvenz geht, aber er wieder arbeitet oder irgendwie auf die Beine kommt, dass ihr dann auch noch vollstrecken könnt. Kontakt zum Mieter aufnehmen ist immer auch ganz wichtig, Abmahnung zukommen lassen. Und wenn der Mieter nicht auffindbar ist, könnt ihr hier im Melderegister eine Auskunft beantragen. Kann ja auch sein, dass der sich wieder irgendwo anders gemeldet hat. Und ihr habt ein berechtigtes Interesse und könnt sozusagen hier eine Auskunft aus dem Melderegister verlangen. Kündigung oder Einwerfen von Zeugen, das ist jetzt hier Daniel, also meine rechte Hand in der Hausverwaltung und Johann. Die waren also beide vor Ort und haben das eingeworfen, haben das gefilmt, haben Protokoll mit Datum, Wetter, Uhrzeit geschrieben, weil es ist aber auch ganz wichtig, dass man den Zugang beweist. Und da geht es auch wirklich nicht darum, dass ich den Brief nur unter Zeugen einschmeiße, sondern auch der Brief erstmal geöffnet ist, alle raufschauen, was steht da drin, dass er einmal verlesen wird, dass es auch klar ist, nee, da wurde nicht irgendein Brief eingeworfen, sondern es wurde die Kündigung eingeworfen und dann hier den Nachweis, dass es dort in den Briefkasten reingeworfen wurde. Das ist ganz wichtig, den Zugang muss man auch beweisen können. Es kann sein, dass es sich lohnt, eine Mietnummernversicherung abzuschließen. Da gibt es einige Produkte am Markt, die sind auch gar nicht so teuer. Das beginnt bei 60 Euro im Jahr, das ist nicht teuer, aber jetzt kommt das Hinkefüßchen. Was ist Voraussetzung, dass eine Mietnummernversicherung greift, ist, dass eine Bonitätsprüfung durchgeführt wird. Und wenn wir uns anschauen, wann gehen Mieter in der Regel, werden das Mietnummern oder zahlen ihre Miete nicht, dann wurde gerade dieses Thema Bonitätsprüfung in der Regel vernachlässigt. Deswegen gibt es die auch so günstig, die Mietnummernversicherung, die haftet dann für den Mietschaden und den Schaden in der Wohnung, gibt es glaube ich bis 12.000 Euro. Weil es können natürlich da auch Sachen zerstört, verwohnt werden. Das ist ja beim Mietnormalen noch das nächste Thema, dass der das Ding da runterrockt. Sieht man, dass es so günstig ist, weil hier die Bonitätsprüfung vorausgesetzt wird. Und wenn das so günstig ist, wisst ihr auch, wenn ihr eine gute Bonitätsprüfung macht, dass es zum, also das Zahlungsausfall eigentlich relativ unwahrscheinlich ist. Aber wir gehen jetzt davon aus, das passiert und wir schauen uns mal den Monat 1 an. Wir haben den 3.3.2020 und am 8.3. haben wir jetzt keinen Mieteingang. Also der Mieter hat ja Zeit, bis zum 3. oder 4. Werktag die Miete zu zahlen. Wenn es am 5. oder 6. Werktag kommt, machen wir ja da auch keinen Aufriss. Aber wenn wir jetzt am 8.3. merken, wir haben am 3. März keinen Mieteingang gehabt, dann solltet ihr hier schon den Mieter telefonisch kontaktieren und erst mal fragen, ist was los. Weil es kann ja auch sein, dass sich einfach die IBAN geändert hat. Oder dass er, wie gesagt, ein Konto gewechselt hat. Es muss ja jetzt erst mal nichts Großes sein. Oder es einfach vergessen hat, den Dauerauftrag zu ändern. Also gibt es viele Gründe. So, am 10.3. sind jetzt alle Kontaktversuche erfolglos. Dann ist für euch eigentlich schon, sag ich mal, Alarmglocke. Weil, wenn ihr es auch richtig macht, habt ihr in euren Darlehensverträgen die Abbuchung immer zum 15. und sowieso immer einen Puffer auf dem Konto. Aber dann geht schon mal Darlehensrate durch, Hausgeld und Instandhaltungsrücklage. Und ich habe jetzt hier gar keine Einnahme gehabt. Also das tut schon hier richtig weh. Und jetzt, nach fünf Tagen später, verschicken wir dann auch die Abmahnung mit dem Hinweis der außerordentlichen Kündigung. Dass bei zwei aufeinander stehenden Mietzahlungen, die ausbleiben, uns ein außerordentliches Kündigungsrecht zusteht. Die Vorlage, die haben wir auch hier. Die könnt ihr euch hier runterladen. Einmal bei Downloads. Kostenlos. Da habt ihr alle Vorlagen. Und hier habt ihr den Artikel auch nochmal dazu. Was passiert, wenn der Mieter nicht zahlt. Und hier in der Vorlage, ich kann die ja jetzt mal aufmachen. Die haben für euch schon vorbereitet. Und da müsst ihr bloß das Rode ergänzen. Sehr geehrte Frau Herr, seitdem konnten wir keinen Mieteingang verzeichnen. Vielleicht haben sie die Bank gewechselt. Es stellt noch keine Mahnung dar. Und Anlage ist dann Nichtzahlung der Miete für Monat XX. Also für den, der dann stattfindet, dass er genau weiß, was dann folgt. Und dann haben wir hier die Mahnung, von der ich gesprochen habe, dass sie bitte sofort zahlen. Andernfalls wird gekündigt nach 543 Absatz 2 Nummer 3 BGB fristlos. Also hier den Hinweis auf die fristlose Kündigung. Und da müsst ihr auch einfach nur noch eure Daten einmal eintragen. Das ist nämlich das Recht, was wir haben als Vermieter. Wir können nämlich den Mieter kündigen. Wenn er zwei ausstehende Mietzahlungen hat, außerordentlich, ganz wichtig. Oder wenn zwei Teilbeträge nur eingegangen sind. Und zwar die Teilbeträge auch so, dass mindestens eine Miete im Rückstand ist. Und wenn bei zwei Mieten im Verzug, können wir halt außerordentlich und fristlos kündigen. Und bei einer ausstehenden Miete, und das ist jetzt ganz wichtig, können wir ordentlich kündigen. Die außerordentliche Kündigung kann ein Mieter wieder rückgängig machen, indem er zahlt. Eine ordentliche Kündigung nicht. Und deswegen ist es für uns immer ganz wichtig, wir kündigen außerordentlich und ordentlich. Das heißt, selbst wenn er die außerordentliche Kündigung wieder heilt durch eine Zahlung, ist er raus, weil wir eine ordentliche Kündigung ausgesprochen haben. So, jetzt ist Monat 2, wir haben den 8.4. immer noch keinen Mieteingang. Und jetzt kommt hier die Abmahnung mit außerordentlichen fristlosen Kündigungen mit der 7-Tagesfrist zur Zahlung. Die habe ich euch ja auch gerade gezeigt. Und hier am 15.4. geht hier wieder die Rade durch. Das ist natürlich sehr, sehr schlecht, weil jetzt haben sie schon quasi zweimal Kostenapparat aufgebaut. Und wir haben keine Einnahme gehabt. Und jetzt ist die 7-Tagesfrist zur Zahlung verstrichen. Und jetzt entweder beauftragen wir einen Anwalt mit einem Mahnbescheid oder wir können einen Online-Mahnbescheid beauftragen. Und diesen Mahnbescheid kann er binnen zwei Wochen widersprechen, aber in der Regel macht er das ja nicht. Und dann verstreicht die Frist keinen Widerspruch. Was soll er denn da widersprechen? Er kann ja nur sagen, ich widerspreche und habe die Miete gezahlt. Hat er aber nicht. Dann kann, wenn der Mann, also wenn die Widerspruchsfrist dann verstrichen ist, dann kann ein Vollstreckungsbescheid beantragt werden. Bedeutet, dass dann ein Gerichtsvollzieher losgeschickt werden kann und der kann immer klopfen, kann irgendwas mitnehmen oder später auch eine Kontofendung beantragen. Dann darf ich quasi mir irgendwo das Geld holen. Und hier auch beim Vollstreckungsbescheid hat er wieder zwei Wochen Widerspruchsfrist. Und das seht ihr, warum dauert das so lange und mir geht so viel Zeit ins Lang? Weil ja immer diese Fristen eingehalten werden. Und hier sind es schon wieder zwei Wochen. Und in der Regel kommt dann auch keine Widerspruchsfrist. Hier seht ihr mal so einen Mahnbescheid, den wir dann beauftragt haben. Und dann können wir jetzt mal hier einfach mal schon mal einen Strich drunter ziehen. Stromabschlag nur bedingt. Muss nicht sein, dass ihr dafür herangezogen werdet. Kann aber sein. Aber wenn das so ist, 1210 Euro sind jetzt aktuell offen. Wir hatten aber noch zusätzliche Kosten für Anwalt und Gericht. Mahnbescheid, Vollstreckungskosten, Portokosten. So, dass ich jetzt hier in diesen zwei Monaten, und das ist wirklich, Leute, das ist eine Miete. Also eine kleine Wohnung mit 330 Euro haben sie schon 1653 Euro aufgebaut. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist ein Riesenbetrag. Stellt euch mal vor, dreifache Miete gibt es ja. Objekte, die einfach viel größer sind. Und dann geht ihr richtig die Post ab. Aber jetzt kommt Monat 3. Wir sind ja jetzt immer noch, der Mieter ist ja immer noch drin. Drei Monate schon vergangen, ja. Und er hat nirgendwo widersprochen. Er hat gar nichts gemacht, ja. Das muss man sich mal reinziehen. Also ohne, selbst wenn wir es ganz safe, ganz geradlinig jetzt durchziehen und nichts passiert und immer alle Fristen verstreichen, haben wir jetzt schon den Monat Mai. Und jetzt kommt die Vollstreckung gegen den Schuldner nach der Widerspruchsfrist. Dann haben wir einen vollstreckbaren Titel, wird ausgefertigt. Und wir haben immer noch keine Miete. Er hat immer noch nicht nachgezahlt. Und jetzt kommt die Räumungsklage erst am 18.05. Und da hat der Schuldner auch nochmal drei Wochen Zeit. Leute, hier geht fast einen Monat ins Land, ja, dass er nochmal nachzahlen kann. Und am 6.2. ist dann die Frist rum, also im Juni. Und er hat immer noch keine Miete gezahlt. Und jetzt geht es erst los. Jetzt kommt erst das Versäumnisurteil. Er hat sich nicht geäußert. Er hat gar nichts gemacht. Er hat nicht gezahlt. Dann kommt das Säumnisurteil. Das ist der optimale Fall. Weil er kann jetzt hier noch vor Gericht irgendwie sich erklären. Oder meine Familie oder irgendwas anderes kann irgendein Thema noch erklären. Dann geht hier ein Gerichtsprozess los. Das ist jetzt hier der optimale Fall, wo wir glatt durchkommen. So, und jetzt geht das Versäumnisurteil im besten Fall. Hier kann aber noch eine Gerichtsverhandlung kommen. Dann seid ihr nochmal zwei, drei Monate länger beschäftigt. Und dann darf der Gerichtsvollzieher loslegen. Und er setzt natürlich dem Mieter hier auch nochmal eine Frist, dass er freiwillig räumen darf. Ja, also, dass wir sagen, okay, wir kommen nicht. Du darfst freiwillig räumen. Natürlich hier das Vermieterpfandrecht beachten. Hier geht am 15.6. das durch. Und jetzt ist es erst so, dass wir im Juni geräumt haben. Ja, im besten Fall. Wenn jede Frist verstrichen wurde und er sich in keinster Weise bei Mahnbescheid, Vollstreckungsbescheid und nicht bei der Räumungsklage nicht geäußert hat. Und da seht ihr, was hier an Zeit vergeht. Und jetzt Hausgeld, SE-Verwaltergebühr, Strom nur bedingt. Habe ich jetzt nochmal drauf genommen. Kann passieren, dass ihr dann dafür gerade stehen müsst. Anwalt- und Gerichtskosten, Mahnbescheid. Und jetzt sind wir hier bei 3.108 Euro bei einer kleinen Wohnung. Und ich sage euch, das ist ja nicht die Ende der Fahnenstange. Ihr müsst noch neu vermieten. Habt vielleicht noch zwei Monate länger Leerstand. Weil es ist ja nicht so, dass jetzt ein Mieter auszieht und ein nahtloser Mieterwechsel stattfindet. Nein, die Wohnung ist leer. Ihr müsst gucken, vielleicht müsst ihr noch renovieren. Ihr müsst einen Makler bezahlen. Also hier, das ist wirklich teuer. Und deswegen, Leute, Bonitätsprüfung. Da müsst ihr so akribisch sein. Das müsst ihr so heftig durchführen. Und ihr müsst euch zehnmal absichern. Weil hier wird oft auch nicht die Kaution gezahlt. Weil der Mieter hat das Recht, die Kaution in drei Raten zu überweisen. Und das ist doch ein Riesenproblem. Weil wenn der nur die erste Rate zahlt und den Rest nicht, ja, dann habt ihr richtig die Torte im Auge. Da müsst ihr echt exorbitant aufpassen. Ja, wie gesagt, hier gibt es noch weitere Vorlagen, auch zur außerordentlichen Kündigung. Die will ich euch nochmal kurz zeigen. Außerordentliche mit Fristsetzungen. Hier haben wir dann die Kündigung. Das ist das, wo ich auch gesagt habe, dass Daniel und Johann persönlich hingegangen werden. Wetter, Uhrzeit, Datum. Das muss safe sein. Ihr haut ihm hier eine außerordentliche Kündigung um die Ohren. Und vorsorglich, und ich will hier nur auf diesen Paragrafen drauf eingehen, wird auch ordentlich gekündigt. Nicht nur außerordentlich, weil, ich sage mal, das Vertrauensverhältnis ist zerrüttet. Und selbst wenn er das Ding dann nachholt mit einer Zahlung, wollen wir den ja auch nicht mehr haben. Und deswegen stellen wir ihm hier auch die ordentliche Kündigung zu. Und hier haben wir dann nochmal die Aufstellung der Forderung. So sieht das aus. Aus meiner Sicht, ja, ihr könnt euch da selbst rantrauen. Ist aber nicht meine Empfehlung. Meine Empfehlung ist, sich wirklich einen Anwalt zu nehmen in dem Moment, wo wir merken, die Miete ist wirklich einen Monat nicht gekommen. Ich habe abgemahnt. Und dann, Leute, lasst den Profi daran, lasst keine Zeit vergehen und zieht das Ding durch. Auf Basis der aktuellen Corona-Lage habt ihr hier in der Infocard noch ein Video, wie es jetzt aussieht, wenn jemand auf Basis der Corona-Virus nicht zahlt. Da könnt ihr raufklicken jetzt hier auf die Infocard. Dazu gibt es ein Video, weil da gibt es nochmal Besonderheiten jetzt im Zeitraum vom 1.4. bis zum 30.6.2020. Könnt ihr euch gerne anschauen. An der Stelle, ich hoffe, es war wertvoller Content von euch. Es kommt jetzt in Zukunft wieder eine Menge Content. Und ich freue mich dann, dich im nächsten Video begrüßen zu dürfen. Ich hoffe, du lässt uns ein Abo da. Würde mich mega freuen. Dann wirst du auch beim nächsten Video wieder, kriegst du eine Mitteilung, dass da was kommt. Und viel Spaß mit den Vorlagen. Und ich hoffe, es wird bei euch nie einen Mietnormale oder Mietausfall geben. In dem Sinne, die besten Investorengrüße aus Leipzig. nosotros bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Drei, bis zum nächsten Mal. Fon BU150-